Es sind drei, Adam. Für kleines Kuchen. Und ich verfluche mich nochmal gutes Kuchen. Ewan verdient gutes Kuchen. Was wird denn das? Ich pflücke Äpfel. Mit einem Bananenfresser? Was war los? War ein Blitz? Sag mal, bist du noch ganz sauber? Willst du uns verarschen oder was? Wieso denn? Du schwaffelst dir einen ab, kriegst unter Bäumen rum mit einem Neger, bist du total irre? Also, Äh, Espin fahrt ihr mal wieder nach Hause. Was sagst du? Er sagt, du sollst dir vor den Acker machen und nimm gleich fettes Mann mit dich. Jürgen, bring unserem kleinen schwarzen Freund mal bei, wie man sich in diesem Land mit Menschen unterhält. Es reicht. Was soll denn der Scheiß? Ich hatte Stress. Hast selbst geguckt, kam mit Knie, mit Psychopathen-Knie. Er hat auf mich geschossen. Gibt Beweiszeugen, viele Beweiszeugen. Mach das nicht erstes Mal. Er hat auf mich geschossen, Espin. Hast du Entschuldigung, fette Schwein? Halt deine Backen, sollen wir quatschen, bis tot kommt? Espin und Holger, bring den hier weg. Das bereust du noch. Und du, du kleines schwarzes Schwein, du bist erledigt. Ein toter Mann. Hallo, du blöd oder was? Ich habe eine Pistole. Jetzt sag mal, spinnst du? Du kannst doch hier nicht so einfach Leute abknallen. Du hast ja selbst geguckt. Du bist Beweiszeuge. Er kommt mit der Schulter. Das Psychopathen-Schulter. Verfluch mich nochmal. Das ist ein Lücken. Hör auf damit! Hör auf damit!